ich kriege immer kaffee habt ihr gehört der kollege ist wieder hier heute wehler ist und ihr werdet den kalten kaffee schon stehen lassen ja ich wusste nicht schön eingetrocknet achtung brandschutz containerbrand einsatz für tlf 1 kant weg die rutschliebe das eigentlich beseitigt das geht bei mir hat es eben auch nicht in der Fall also bei Schülern muss er oben er er probiert dank alles abzahrend der Mann da ja ist klar nur in der ersten reichen ja natürlich Leitstelle Mülheim von 1TL 4001 kommen einfach hier ne kann ich nicht warum nicht denn ich bin kondisiert worden hier Leitstelle Mülheim kommen Frage nach weiteren informationen zum einsatz kommen Trauchsäule bestätigt Personen im Befahrenbereich kommen Verstanden vielen vielen dank für dein Abo für den Follower thank you very much es qualmt wo denn weiße gib Gas ja dann fahr dran vorbei dann sehen wir es nicht ach da ist der eine der jemanden in der Nachtmache hatten glaube ich wo wurde da da fuhren so erstmal Martin ins Hunde ausschalten wo wort denn das warte kann ich jetzt sagen ich kann es auch machen Finger weg hallo ich kann nicht zugreifen über Leertaste warum nicht ja ein bisschen durch den Punkt dann muss er mal vorhin zu kommen Leitstelle Mülheim von 1TL 4001 kommen hat mir die Mitte gefehlt hier Leitstelle Mülheim kommen wie gehts dir erste Lage Meldung Container in vollbrand Maßnahmen werden eingeleitet Lage wird weiter erkundet kommen das haben sie geil wieder gegeben das ist verstanden Ende wenn das in den ganzen Spiel so laufen würde das wäre auch geil so jetzt kann ich super mein Pult ist kaputt was ist kaputt mein mein hier ich kann jetzt zwar blau dich an und aus aber es funktioniert nicht es hat keine Funktion hallo aber geht meins ja richtig dein Pult funktioniert meins nicht alles wird hoch so du bist abgesessen jetzt bin ich raus Brandbekämpfung und Löschangriff geht nicht Schwarzereingang auch nicht Löschwasserabgang die Lösche mit 1 0 ach ne wir lassen es so stehen in vier Minuten am Ansatzort ist das gut oder schlecht ich weiß es nicht das ist super als BF als BF ist es super ja uns geht es super geht es wirklich gut dazu ich habe mal wieder richtig Bock drauf gehabt jetzt auf Notruf 1 1 2 2 zu spielen nachdem ich bei EDS 2 gebannt worden bin auch ach ne ist das sehr gut rennt ruhig nein ja mach auf den Deckel lang ja mach es doch schon steck rein das Zeug jetzt rein jetzt rein stecken wie geht das wie geht das Wasser ist da Wasser ist nass und schwächtig oh oh ist da ja arbeiten was heißt denn du das nehmen interessant ok danke sehr nett sehr nett also was hast denn du jetzt in der Hand total ok Leitstelle Mülheim von 1TLF 4001 kommen hier Leitstelle Mülheim kommen ich kann die Löwen weitere Lagemeldung PH zur Brandbekämpfung vor keine Person im Gefahrenbereich kommen ey wie war denn das hier die Bedienung das ist verstanden wenn das überlegen ne für das Wasser ich kann nicht reicht das keine Ahnung reicht für Wasser perfekt ich muss ja mal Wasser aufbauen ne aufbauen und so der macht dort so ne nicht aufräumen bist du wahnsinnig abräumen wo viel bin wie geht es dir eigentlich äh 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 Vielleicht gibt es auch eine andere Einsperrung, das ist natürlich auch möglich. So! Na gut. Wie sieht es denn aus? Weiß ich nicht. Ist alles gebrannt? Na gut. Einer meiner Fasson kann mal gucken, ob du hier ein Ding machen kannst. Ja. Da, wo ich stehe, hätte man drauf. Ja, ich gebe dir mal mehr was. Ich will jetzt sein. Ja. Volles Rohr. Hoch. Rechts. Runde. Ich höre Wärmebild. Ja. Mach, gucken. Läht hast du. Du musst mit Läht haste gucken, ob du fertig bist oder nicht. Du brauchst nicht immer was Wernebild holen, das bringt dir nichts. Dann stehen wir morgen noch hier. Gut, nicht versuchen. Hast du den Aufbau geholt? Ja. Den Relave Aufbau davon war ich schon, ja. Aber das Spiel ist ein bisschen kompliziert. Oh, oh, oh. Äh. Seid mal. Ich wollte es mal. Was machst du da? Wolltest du nachgucken? Bin noch schön! Ja! Machst du Auto sauber, ist geil! Gut, das muss original so sein, ne? Liebe BG! Erstmal mit der Heutkarte runterklettert! Er brennt! Warte! Wir sind doch gar nicht fertig! Brennt denn nämlich doch überall! Ist das heiß! Ich hab' vergessen... Ich hab' vergessen... Okay! Oh! War das eventuell in den Morden irgendwo mit den neuen Mannen verletzten? Kann man warten? Ja! Was? Ja! 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 Ich, Juhu! Zweiter Auftrag. Sehr gut. Läuft noch. Also wenn ich mein Tag ist. Ja, aber mit ihnen zusammenpacken läuft wieder nicht. Jetzt freigegeben? Okay. Beräum bitte. Was wird du? Bitte! Ich muss jetzt jede einzelne Container hier... Okay. Jetzt? Auch nicht gut, wir müssen meine L einpacken. Ja, weil höchste Fall ich kein Wasser drin hast, nebenan. Ach so. Du hast ja kein Wasser drin. Ohne Wasser kannst du auch nicht einspeisen. Ohne Einspeisung kannst du auch nicht abfahren, nebenan abfahren. Also... Ah, stimmt ja. Du kannst kein leeres Fahrzeug mitnehmen, geht nicht. Geht ja wohl. Ne. Äh, ja, davon habe ich schon bei Facebook gelesen gehabt. Da war auch ein... ...Nix und Band 3. Was ist die Gebäude? Hol' mir ein Verteiler wieder raus, ne? Was musst du rausholen? Ja, ein Verteiler, oder wie willst du denn das Ding speisen? Das speist du doch gerade. Hä? Du hast doch eben gerade ne Verbindung? So, das reicht oder was? Ja, dann brauchst du keinen Verteiler. Ohne Ahnung. Ohne Ahnung. Wird er gefüllt? Dann packen. Ja dann. Wenn ich werd halt auch wieder weg. ... Ja, es ist natürlich wirklich traurig. Wir haben heute früh auch einen Einsatz gehabt. Erstmals seit langen freigewesen. Ah, was? Ja, ne, will ich nicht unbedingt haben. Schlimm genug. äh dass da was passiert dann der B schlau ja was von welchem Ende egal auch stauern es wird sich der zweite Einwander hier ab und und ich hoffe dass es den Kameraden wirklich gut geht dass sie schnell genesen wieder sind gute Besserungen auf alle Fälle gehen raus ja dann muss ich nochmal die Lampacken gleich machen wenn du alles weg hast und dann ja warte, dann muss ich noch reinpacken glaube ich nein, warte, oh Gott was? ich bin wieder raus hä? ja lass es jetzt gehen ich war gerade irgendwann ablegen und du schiebst das Ding rein nein, verletzten drei Schwerter von mir dann bin ich multitaskenfähig, kann das Spiel eigentlich gleichzeitig das Tor runterschieben ja siehst du mal, du bessest dich ne? ich möchte ein Fleischbienchen haben ja, kriegst du in der Wache, ich geb dir einen Kaffee umsonst aus dann kann ich auch gehen ich darf nicht einsteigen ich darf nicht einsteigen ich darf nicht einsteigen 100 äh, Herr und äh Frau, äh guckst du Hude, äh alles gut, sie können wieder ins Häuschen gehen, äh aus dem Fenster gucken alles, äh, Pagetti, Pagetti wo warten wir? ja, ich war vor erheblich, äh, die die Pagetür zu öffnen ja, das machen wir ja nicht aufsetzen das müsstest du dem Befet geben ich muss die erste machen aber egal ich muss die zur ersten Tür machen, musst du mich wieder aufmachen ja, jung schön Leitstelle Mülheim von 1 VL 4001, kommen Moment, ich muss es finden äh Space danke danke hier Leitstelle Mülheim, kommen warum kann ich diese scheiß Bedienungsfeld hier nicht benutzen abschließende Lage Meldung Feuer aus Einsatzstelle an Hausbesitzer übergeben rücken wieder ein kommen das ist verstanden Ende Öko umkönnen ich hab's eilig, ich brauch Kaffee du Nerfelsaft oder Wasser ich war mir nur 70 Minuten im Dienst gewesen das wird noch länger werden kein deutschland, ok ich spreche nicht englisch muss man tanken? keine ahnung was ist denn der spritpreis hier eigentlich? 1, oh die benzinpreis hätte ich gerne mal 1,34 wie lange ist das her? 1,34 ich kann nicht drücken wenn du fährst das spritpreis kann ich ja nicht drücken doch normalerweise kannst du ganz rechts ich kann nicht drücken wenn du fährst geht nicht das spritpreis ist kaputt kann man mit einem techniker rufen blaulicht aus irgendjemand hat das blaulicht ausgemacht aber egal ja ich weiß nicht wahrscheinlich ist das mit einem schüttel achso ok ich habe einen falschen button gedrückt alles klar ja ich kann schon ja ich kann schon das ist das ist gut und ich kann nicht das ist das ist Steigt es doch eins? Du musst morgen um 4 Uhr raus stehen auf erstmal Okay, ich wünsche dir eine gute Nacht auf alle Ja, und vielen Dank für deinen Follower Ich muss auch um 6 Uhr raus, aber okay War sehr sehr nett, dass du vorbeigeguckt hast Hat mich echt gefreut Schauen wir den zweiten Abschied Och, ich hatte jetzt schon Angst gehabt Bei mir hat es gerade ein bisschen gehockt Wie immer mit Enter in der Ego raus Oder C Abgeschlossen Gut, meine Damen und Herren